Die Adipure Reihe ist Adidas Beitrag zum Thema Barfußtraining. Der Adipure Trainer 360 ist durch sein geringes Gewicht und seine Flexibilität ein wahres Erlebnis. Die Flexkerben sind so angeordnet, dass eine natürliche Abrollbewegung unterstützt wird und viel Bewegungsfreiheit für den Fuß vorhanden ist. Gleichzeitig bekommst du dank der zweilagigen Zwischensohle ein gutes Maß an Dämpfung. Wenn du den Adipure Trainer 360 anziehst, wirst du von seiner Passform begeistert sein. Das Textilinnenfutter ist weich und hautsympathisch, sodass du den Schuh auch bequem barfuß tragen kannst. Die Climacool Technologie, die du in der Einlegesohle, im Obermaterial und auch in der Zwischensohle wiederfindest, sorgt für eine hohe Atmungsaktivität. Damit der Schuh in der Halle nicht abfärbt, spendiert Adidas ihm eine Non-Marking Außensohle. Der Adidas Adipure Trainer 360 bringt viel Spaß in dein Training und begeistert auch als Freizeitschuh im Alltag. Du bekommst ihn in deiner Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.